In den unermesslichen Weiten des Kosmos fließen und schwingen Energien jenseits unseres Verständnisses und führen uns zu tieferen Wahrheiten. Heute lüften wir die Geheimnisse der zehnte Dimension, einem Bereich, in dem sich reine göttliche Essenz und kraftvolle Schwingungen miteinander verbinden und Impulse der Transformation direkt in unsere Welt senden. Die Andromedaner, uralte Wesen von tiefer Weisheit, überbringen uns eine Botschaft der Klarheit und Erhabenheit. Während sich der Schleier zwischen den Dimensionen lichtet, sind wir aufgerufen, uns über das Chaos zu erheben und das göttliche Licht zu umarmen, das uns in diesem heiligen Raum erwartet. Begleiten Sie uns auf unserer Reise jenseits des Gewöhnlichen, indem Sie die Energie der zehnte Dimension anzapfen und sich mit den reinsten Schwingungen der Schöpfung in Einklang bringen. Sind Sie bereit, zu neuen Höhen des Verständnisses aufzusteigen? Im Herzen des Kosmos, weit jenseits der für unsere Augen sichtbaren Sterne, liegt ein Reich, in dem die andromedanischen Wesen wohnen, Hüter uralter Weisheit und Überbringer der göttlichen Wahrheit. Ihre Botschaft an uns ist von tiefgreifender Bedeutung und wurzelt in der reinen und heiligen Essenz der Schöpferspezies. Diese Essenz ist nicht nur ein Konzept, sondern eine mächtige, lebendige Kraft, die durch die gesamte Existenz pulsiert. Wenn wir uns auf diese göttliche Essenz einstimmen, geschieht etwas Außergewöhnliches. Wir beginnen, mit denselben reinen Schwingungen in Resonanz zu gehen, die auch die Andromedaner selbst nutzen. Diese Schwingungen sind transformativ und fegen durch unser Wesen wie ein reinigender Wind, der das Durcheinander unnötiger Energien, die unseren Geist und unser Herz vernebeln, wegräumt. In diesem Zustand tauchen wir in eine neu gefundene Klarheit ein, eine Klarheit, die den Lärm des Alltags durchschneidet und unseren wahren Weg erhält. Diese Ausrichtung auf die Essenz des Schöpfers ist nicht nur eine passive Erfahrung, sondern ein dynamischer Prozess, der eine tiefgreifende Veränderung in unserem Bewusstsein bewirkt. Wenn sich die unnötigen Energien auflösen, werden wir konzentrierter, zentrierter und besser auf die höheren Frequenzen der Existenz eingestimmt. Es ist, als hätte sich ein Schleier gelüftet, der uns erlaubt, mit Augen zu sehen, die nicht durch die Ablenkungen und Illusionen der niederen Reiche getrübt sind. Wenn wir diese Verbindung weiter erforschen, wird die Klarheit, die wir gewinnen, zu einem Leuchtfeuer, das uns durch die Herausforderungen und Ungewissheiten unseres Lebens führt. Es ist eine Klarheit, die uns nicht nur die Wahrheit unserer Existenz offenbart, sondern uns auch befähigt, zielgerichtet und absichtsvoll zu handeln. Dies ist das Geschenk, das die Andromedaner anbieten, ein Weg zur Ausrichtung auf das Göttliche, auf dem wir die reinste Form der Energie nutzen können, um unsere Realität von innen heraus zu verändern. Diese Reise in die Tiefen der göttlichen Essenz ist nicht nur ein spirituelles Streben, sie ist eine Rückkehr zu unserer wahren Natur, eine Wiederverbindung mit den kosmischen Kräften, die schon immer in uns waren und darauf warten, geweckt zu werden. Die Andromedaner erinnern uns daran, dass wir uns, wenn wir uns auf diese Essenz einlassen, für grenzenlose Möglichkeiten öffnen, in denen sich die Grenzen unserer Existenz auflösen und wir eins werden mit dem unendlichen Fluss der Schöpfung. In dem gewaltigen kosmischen Tanz verkünden die Andromedaner eine Botschaft von tiefer Resonanz und dringender Relevanz. Sie sprechen von einer Welt, unserer Welt, die mit dem Gewicht dichter, niedrig schwingender Energien zu kämpfen hat. Diese Energien, die wie Schatten alter Wunden wirken, haben begonnen, an die Oberfläche zu kommen und wecken in uns Emotionen, von denen wir dachten, wir hätten sie längst begraben. Wut, Frustration und das Gefühl unüberwindbarer Hindernisse sind allesamt Ausdruck dieser Schwingungen, die nun in das kollektive Bewusstsein der Menschheit entlassen werden. Aber die Andromedaner bieten mehr als nur eine Beobachtung an, sie präsentieren eine Lösung, die in der Struktur der Schöpfung selbst verwurzelt ist. Sie empfehlen, dass wir uns bewusst mit den göttlichen und reinen Schwingungen des Schöpfers verbinden, Schwingungen, die die höchsten, heiligsten Frequenzen des Universums sind. Diese Verbindung ist nicht nur eine spirituelle Übung, sie ist ein kraftvoller Akt der Transformation. Wenn wir uns auf diese göttlichen Frequenzen einstimmen, beginnen die niedrig schwingenden Energien, die unsere Realität gestört haben, sich aufzulösen. Es ist, als ob das Licht des Schöpfers in die dunkelsten Ecken unseres Seins scheint und die Schatten, die sich dort so lange aufgehalten haben, erhellt und auflöst. Dieser Prozess lindert nicht nur die Symptome dieser Energien. Er löscht die Quelle aus und ermöglicht es uns, uns über das Chaos und die Verwirrung zu erheben, die sie verursacht haben. Die Andromedaner betonen, dass es sich nicht um einen passiven Prozess handelt. Die Energien des Schöpfers sind rein und kraftvoll, aber es ist unsere bewusste Absicht, unsere aktive Teilnahme an dieser Verbindung, die den Unterschied ausmacht. Indem wir uns auf diese höheren Schwingungen ausrichten, rekalibrieren wir im Grunde unser gesamtes Energiefeld und heben uns aus den niedrigeren Frequenzen, die uns belastet haben, heraus. Auf diese Weise heilen wir nicht nur die Wunden in uns selbst, sondern tragen auch zur Heilung des Kollektivs bei. Wenn immer mehr von uns diese Verbindung herstellen, beginnt sich die kollektive Schwingung der Erde zu verändern. Der Ärger, die Frustration und die Barrieren, die so überwältigend schienen, beginnen zu zerbröckeln und werden durch ein Gefühl des Friedens, der Klarheit und ein erneuertes Gefühl der Zielstrebigkeit ersetzt. Dies ist der Weg, zu dem die Andromedaner uns einladen, ein Weg, der nicht nur zur persönlichen Transformation, sondern zu einem globalen Erwachen führt. Indem wir die göttlichen und reinen Schwingungen des Schöpfers annehmen, werden wir zu Leuchtfeuern des Lichts in einer Welt, die es so dringend braucht, und führen uns und andere durch diese turbulenten Zeiten und in eine Zukunft, die von höherem Bewusstsein und wahrer Harmonie erfüllt ist. Inmitten des wirbelnden Chaos und der Ungewissheit, die unsere Welt durchdringen, bieten die Andromedaner ein führendes Licht, eine Verbindung zu den göttlichen Schwingungen, die das Universum durchdringen. Diese heiligen Frequenzen sind nicht nur ätherische Konzepte, sie sind greifbare Energien, auf die wir zugreifen und uns mit ihnen verbinden können, besonders in diesen herausfordernden Zeiten. Indem wir uns mit diesen göttlichen Schwingungen verbinden, können wir die Verwirrung und die niederen Energien, die unsere Sicht trüben, überwinden und uns an einen Ort tiefer Klarheit und innerer Unterstützung bringen. Diese Verbindung wirkt wie eine Rettungsleine, die uns aus den trüben Tiefen der Angst und des Zweifels heraushebt und uns zu einer höheren Perspektive führt. Es ist, als ob sich der Nebel, der sich über unseren Verstand und unser Herz gelegt hat, zu lichten beginnt und einen klaren Weg nach vorne offenbart. In diesem Zustand der Klarheit sind wir besser gerüstet, um die Prüfungen des Lebens zu meistern, und zwar nicht nur mit Widerstandsfähigkeit, sondern auch mit einem tiefen Gefühl von Frieden und Verständnis. Im Herzen dieser göttlichen Verbindung liegt die zehnte Dimension, ein Bereich, den die Andromedaner als ein Heiligtum von immenser Klarheit und Licht beschreiben. Die zehnte Dimension ist nicht durch die Begrenzungen unserer physischen Realität gebunden. Sie ist ein Raum, in dem die höchsten Wahrheiten und reinsten Energien zusammenlaufen. Hier kann man die reine Inspiration anzapfen, Ideen und Einsichten, die direkt aus der Quelle der gesamten Schöpfung fließen. Hier wird die Intuition zu einer mächtigen leitenden Kraft, die uns mit einer Gewissheit führt, die über die Logik hinausgeht. In dieser Dimension ist die Verbindung mit der Seele und dem Göttlichen nicht nur möglich, sondern unvermeidlich. Die Barrieren, die uns oft von unserem höheren Selbst trennen, lösen sich auf und erlauben uns, eine direkte Verbindung mit der Essenz dessen, was wir wirklich sind, zu erleben. In diesem Raum haben wir Zugang zur tiefsten Weisheit, zu den tiefsten Wahrheiten und zu den reinsten Formen der Führung. Die Andromedaner heben die zehnte Dimension nicht nur als einen Ort der Klarheit, sondern auch der Ermächtigung hervor. Wenn wir uns auf diese Dimension ausrichten, werden wir mit einem Gefühl von Ziel und Richtung erfüllt, das den Lärm der unteren Dimensionen durchdringt. Die Inspiration und Führung, die wir hier erhalten, sind nicht flüchtig, sie verankern uns in einem Zustand höheren Bewusstseins, der es uns erlaubt, uns mit einem erneuerten Gefühl von Vertrauen und Anmut durch die Welt zu bewegen. Inmitten des Aufruhrs, der unser Leben oft verschlingt, bieten die Andromedaner einen Weg zu Gelassenheit und Stabilität, eine Verbindung zu den höheren Dimensionen, die das Chaos unserer gegenwärtigen Realität transzendiert. Diese Verbindung wirkt wie eine Brücke, die es uns ermöglicht, uns über die Turbulenzen zu erheben und uns fest im gegenwärtigen Moment zu verankern. Indem wir uns auf diese höheren Frequenzen ausrichten, gewinnen wir die Klarheit, die wir brauchen, um unser Leben mit einem Gefühl von Zielstrebigkeit und Frieden zu meistern. Bei dieser Klarheit geht es nicht nur darum, die Verwirrung zu durchschauen. Es geht darum, uns in einer tieferen Wahrheit zu erden. Die Verbindung zu den göttlichen Schwingungen hilft uns, die Schichten der Ablenkung und der Illusion abzustreifen, die oft unsere Wahrnehmung vernebeln, und enthüllt die Essenz dessen, was wirklich zählt. In diesem Zustand erhöhten Bewusstseins stellen wir fest, dass die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, uns nicht mehr überwältigen. Stattdessen werden sie zu Chancen für Wachstum und Transformation. Die Andromedaner betonen, wie wichtig es ist, diese Verbindung zu einer regelmäßigen Praxis zu machen. Selbst ein paar Minuten pro Tag, die wir in Verbindung mit der Zehnte Dimension verbringen, können einen tiefgreifenden Einfluss auf unser Leben haben. Dabei geht es nicht darum, der Realität zu entfliehen, sondern darum, das Licht und die Weisheit der höheren Reiche in unser tägliches Leben zu bringen. Auf diese Weise schaffen wir eine Grundlage von Klarheit und Harmonie, die jeden Aspekt unseres Seins durchdringt. Die Zehnte Dimension, wie sie von den Andromedanern beschrieben wird, ist ein Reich von unvergleichlicher Klarheit und spiritueller Kraft. Hier haben wir Zugang zu den reinsten Formen von Inspiration, Führung und Heilung. Wenn wir uns mit dieser Dimension verbinden, öffnen wir uns für einen Fluss göttlicher Energie, der unsere Seele nährt und unsere Verbindung mit dem größeren Kosmos stärkt. Diese regelmäßige Praxis der Verbindung mit der Zehnte Dimension ist nicht nur eine spirituelle Übung, sie ist eine transformative Reise. Mit der Zeit hilft uns diese Verbindung, unser Energiefeld neu zu kalibrieren und uns enger mit unserer wahren Essenz zu verbinden. Die Klarheit, die wir durch diese Praxis erlangen, ermöglicht es uns, Entscheidungen mit Zuversicht zu treffen, Herausforderungen mit Widerstandsfähigkeit zu begegnen und mit einem Gefühl von Zielstrebigkeit und Frieden durchs Leben zu gehen. Die Andromedaner erinnern uns daran, dass es auf dieser Reise nicht um große Gesten oder aufwendige Rituale geht. Es geht um den einfachen, aber tiefgreifenden Akt, sich auf die höheren Frequenzen einzustimmen und ihnen zu erlauben, unser Leben mit Klarheit, Harmonie und spirituellem Wachstum zu durchdringen. Auf diese Weise erheben wir uns nicht nur über das Chaos der niederen Dimensionen, sondern verankern uns auch in einer Realität, die auf unser höchstes Potenzial ausgerichtet ist. Durch diese tägliche Verbindung werden wir zu Leuchtfeuern des Lichts in einer Welt, die es dringend braucht, und führen uns und andere in eine Zukunft voller Klarheit, Harmonie und spirituellem Erwachen. Während wir unsere Verbindung mit den höheren Reichen vertiefen, enthüllen die Andromedaner die transformative Kraft dieser Praxis, eine, die uns in einen tiefen Zustand der Entspannung und der Ausrichtung auf unsere wahre Natur bringt. Wenn wir diese göttlichen Frequenzen anzapfen, wird unser Atem tiefer und rhythmischer, als ob wir die Essenz des Kosmos selbst einatmen würden. Dieser einfache Akt der Verbindung mit der zehnte Dimension hat einen Welleneffekt auf unser gesamtes Wesen, der ein tiefes Gefühl von Frieden und Wahrheit hervorruft, das jeden Aspekt unserer Existenz durchdringt. Dabei geht es nicht nur um körperliche Entspannung, sondern um eine tiefere, spirituelle Entspannung, bei der Geist, Körper und Seele in perfekter Harmonie sind. Wenn wir uns auf diese höheren Schwingungen ausrichten, beginnen die Anspannung und der Stress, die unser tägliches Leben oft begleiten, zu schmelzen und werden durch eine wohltuende Ruhe ersetzt, die es uns ermöglicht, die Welt mit Anmut und Leichtigkeit zu meistern. Unser Atem, der angesichts der Herausforderungen des Lebens oft flach und hastig ist, wird zu einem stetigen Fluss der Lebenskraft, der uns im gegenwärtigen Moment erdet und uns wieder mit der Wahrheit dessen verbindet, was wir sind. In diesem Zustand tiefer Entspannung und Klarheit beginnen wir, unseren Platz im großen Gobeleng der Existenz zu verstehen. Die Andromedaner erinnern uns daran, dass es sich nicht um eine passive Reise handelt, sondern um eine aktive Teilnahme an der fortlaufenden Evolution des Universums. Jeder von uns besitzt eine einzigartige Schwingung, ein einzigartiges Licht, das zum kollektiven Erwachen der Menschheit beiträgt. In dieser Zeit der tiefgreifenden Transformation sind unsere individuellen Handlungen, Gedanken und Verbindungen entscheidend für die Gestaltung der Zukunft unserer Welt. Die Andromedaner betonen, dass jeder Mensch, unabhängig von seinem aktuellen Bewusstseinszustand, eine entscheidende Rolle in diesem globalen Erwachen spielt. Wir sind alle miteinander verbunden, und wenn wir unser eigenes Bewusstsein anheben, erheben wir natürlich auch die Menschen um uns herum. Dieser kollektive Aufstieg wird eine neue Ära des Friedens, der Wahrheit und der Harmonie auf der Erde einläuten. Es ist eine Erinnerung daran, dass die Arbeit, die wir in uns selbst tun, die Verbindungen, die wir mit dem Göttlichen aufbauen, die Klarheit, die wir erreichen, und der Frieden, den wir kultivieren, weit über unsere persönliche Erfahrung hinausgeht. Sie wird zu einem Leuchtfeuer des Lichts, das den gesamten Planeten zu seinem höchsten Potenzial führt. Auf unserer Reise durch diese Zeit der tiefgreifenden Transformation sollten wir uns an die Kraft erinnern, die in jedem von uns liegt. Indem wir uns mit den göttlichen Schwingungen der zehnte Dimension verbinden, finden wir nicht nur Klarheit und Frieden in uns selbst, sondern tragen auch zum Erwachen der gesamten Welt bei. Mit jedem Atemzug, den wir nehmen, mit jedem Moment, in dem wir uns auf diese höheren Energien ausrichten, spielen wir eine entscheidende Rolle in der Evolution der Menschheit. Gemeinsam gestalten wir eine Zukunft, in der Wahrheit, Harmonie und göttliches Licht unseren Weg leiten.